Ich hab euch hierfür ausgebildet. Ey, es ist halt einfach absolut sehen. Wo ist die 40, Stiga? Das hier ist der verdammte Krieg, Arthur. Es gibt keinen Applaus für Tab-Verteidigung. Schüch, Stiga, denk schon gut. Nicht, was du in dem Moment fühlst. Jigendorberg, meine Freunde, was geht ab? Es wurde ein Fangard-Intro für die Kampagne geleakt. Es war ein Live-Warzone-Event. Und dieses Event war richtig geil. Also meine ersten Eindrücke von Call of Duty Fangard oder keine Ahnung, wie man das so ausspricht, Digga. Ich werd davon ausgelacht von meinen Jungs, mit denen ich zocke. Ist mir geil. Ihr wisst, das neueste Call of Duty, was dieses Jahr noch rauskommt im November. Ähm, dazu gab es ein Rawzone-Life-Event. Und das Event war richtig geil. Da gab es auch so Teils-Intro vom Game und so. Von Kampagne-mäßig. Ich würd sagen, ich lass euch einfach damit alleine. Mit dem Event. Und dazu, am Ende gibt's noch eine Videosequenz von Call of Duty selbst. Und ich sag mal so. Ich bin richtig fucking hyped. Also ich fand diese Videosequenz richtig super heftig, Digga. Muss ich sagen. Aber von Call of Duty darf man nicht zu viel erwarten. Und damit gehen wir rein. So, Jungs. So, Jungs. Jetzt. Die Schlacht wird wer dankst, Jungs. Jetzt geht's los. Okay. Ich schlachte alle jetzt. Lass es sehen. Okay. Höhöh. Die Farben. Sonnenuntergang, Jungs. Oh, Sonnenuntergang. Holt. Holt. Alle blau. Oh, nur blaue Punkte auch da. Guck mal. Ja, guck mal an. Wer rumläuft. Was ist hier los? Warum seid ihr alle blau? Äh, das ist Pre-Game-Lobby. Termine. Aber ihr seid alle blau, Jungs. Ja, wir sind Mates. Wir müssen wahrscheinlich jetzt zusammen gegen den Chat. Wir sind alle Mates, Leute. Apokalypse incoming, Jungs. Ja. Wir sind alle Teammates, ne? Ja. 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 Jetzt. Wo geht's los, Jungs? Ich bin schon nervös, Anna. Fört die Musik. Fört die Musik. Es wird immer lauter wieder. Geil. Mh. Ich hoffe, das Spiel ist gut performt, Digga, dass die MTL's verstimmt. Höhö, guck mal, die mapern. Der map los, Digga. Guck mal, da sieht man eingekreist die Zone von dem Zug. Wir müssen den Zug kaputt machen. Glaub ich, das gelesen? Ja, ja. Aber wo ist der Zug? Wo sollen wir landen? Da, 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 da müssen wir landen. Ja, da, 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 haben wir direkt Waffen? Anscheinend schon. Oh mein Gott, Männer. Wir müssen noch was in die hochladen. Ich hab C-58 und so'n Raketenwert. Jungs, hör zu. Hinterhalt vorbereiten. Platzieren Sie das TNT an der markierten Position. Gar kein Problem. Ach, das ist im Tunnel. 38 Sekunden. Let's go. Habt ihr geplaced? Ist, ist platziert, es platziert, Jungs. Bounty oder was? Nee, wir müssen hier, hier, Jungs platzieren. Wie, ja. Wir müssen hier rumlassen. Hallo. Jungs, die Demons aber wieder nerven, Jungs. Ach, jeder muss platzieren, glaub ich. Ja, Jungs, wir haben auch Dings. Ja, Crysis, danke für die Info. Info brauch ich aber nicht. Jo, was müssen wir jetzt machen? Jungs, drei Sekunden. Ah, jetzt, jetzt, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Oh mein Gott. Digga, das sieht irgendwie sick aus. Zug nähert sich der Überfall. Ja, ich pack, ich pack. Ah, jetzt, jetzt. Was war das? Der Zug nähert sich. Der Zug kommt. Schau mal da oben, das ist ein Anzeige. Ich glaub, da müssen wir ein paar Sachen kaputt machen. Nee, der kommt von unten. Der kommt von unten. Wir müssen ihn kaputt machen. Oh, der ist so laut, Digga. Oh, es ist schnell. Ich muss dir ein bisschen das Rote kaputt machen. Was geht's hier ab, Digga? Ich will dich, Digga. Panzerabhut kaputt machen. Die Dinger schießen noch auf uns. Ich hab hier, Munich ist hier, Jungs. Munich ist hier. Oh mein Gott, was geht's hier ab? Oh mein Gott, was geht's hier ab? Oh mein Gott, was geht's hier ab? Kamera rauf. Oh mein Gott, Jungs. Ich bin gleich tot. Aber die Lebensanzeige geht nicht, Lothar. Ah, wir müssen die Geschütze erstmal kaputt machen. Boah, das Ding. Ah, shit, ich bin tot. Hä, du hast das nicht auf, Digga. Aber geil, Eng. Man kann mal vorne landen. Man kann nur drauf. Ich hab deinen Spieß abgestürzt. Nein, werbe. Ich bin auf dem Zug. Ah, je. Ich hab das Spiel durchgespielt. Ich bin auf diesem Geschütz. Ich hab ein Geschütz unzerstört. Ich hab ein Geschütz unzerstört. Oh, sehr gut. Ich hab ein Abruf. Ich hab vorgelebt. Es ist so hoch, halb ich. Ehm, so. Da sind noch ganz hinten. Und... Vor... Nein. Und jetzt habt ihr noch Muni Box. Äh, ja. Ja, ich hab eine rechts vor dem Zug. Rechts vor dem Zug. Ich bin hier. Ich hab... Ich hab... Ich hab zwei Geschütztöber zerstört. Ich muss euch nahe an den Zug stellen, dann trifft der Zug euch nicht. Wenn ihr ganz nah seid, wisst ihr, vom Winterlern GM, Salam, Alekip Salam. Die roten anzeigen, die fehlen, ich denke die roten anzeigen sind noch die fehlen. Oder sind das die, die noch da sind? Ja, nein, nein, die fehlen. Ah, rot ist kaputt, rot ist kaputt. Bei der zweiten Version war auch rot rot, rot ist kaputt. Die Weißen, die müssen mehr kaputt machen, ja. I'm walking in fire. Ein Geschützpunkt ist wieder down. Jetzt kommt Männer, ich hoffe. In die Box. Misch mal nicht mit, ne? Weiß, zweiter Ballon hin. Weiß, zweiter Ballon hin. Was geht hier ab? Oh, freigeschalten. Ich auch. Hogexklusiv geschossen. Ich will überhaupt was nicht. Nein. Der Zug ist stehen geblieben. Wenn ihr Spook geht, dann schrubt. Damage, Damage macht du. Ich will jetzt fern weg. Ich will jetzt fern weg. Ich weiß, Jungs. Ich sag mal, mein Decken ist neu aus. Nur nach hinten. Boah, die geben echt hart damage. Das stimmt. Ja, total. Boah. Wir schaffen das. Ich hoffe, wir verkacken mich, Digga. Am Ende nicht. Das kann man nicht verkacken. Meinst du, fällt der die ganze Runden? Ja, safe. Ja, aufwendiger. Wie können wir das machen? Wir schaffen das beim ersten Mal. Wir müssen nämlich alles, die ganze Zeit kaputt machen. Also den ganzen Zug, Digga. So wie es aussieht. Ich hab Fahrzeug aktiviert. Perfekt. 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 Übersteuerung. Boah, Digga. Man kann verlieren. Jungs, wir dürfen nicht verlieren. Ich kann mal verlieren? Ja. Es fehlt zu viel, Digga. What the fuck? What the fuck? Ah, ist egal. Ich kill mich aber. Halt euch erst oben die Geschütze. Da in den Wagen. Jungs, die Geschütze als erstes safe. Ich bin gerade drauf gesprungen. Ich hab'n Waggon zerstört. Warnung. Klasse. Ey, die Feuer'n Clusterschläger. Ja, das ist ja mehr. Wir müssen nur noch die Waggons zerstören. Und noch die Waggons. Let's go. Ist da heute reingekommen? Ja. Das ist ein Live-Event. Hat gerade gestartet, Bro. Wir müssen das Ding zerstören. Dass es ankommt wahrscheinlich. Wir brauchen Muni oder so, ja? Muni-Kiste, markiert. Rechts vom Truth an der Brücke. Unten. Boah, Digga. Jetzt müssen wir hinterher. Five-Fat-Move. Einfach selber killen. Wie denn? Achso, ja stimmt. Mit C4 oder sowas. True, Digga. Schlau. Borax schlau, Junge. Unzerstört, sehr gut. Oh shit, jetzt go, jetzt go, jetzt go, jetzt go. Der eine ist watch out, Digga. Aber low. Ich watch out low. Der Brennshot. Auch beide brennen, beide? Ja, beide brennen, ja. Er ist cracked, er ist cracked. Oder ich hab ihn kaputt gemacht. Er ist cracked. Beide kaputt, let's go. Let's go, man. Ja, die landen einfach Waffen. Letzter Angriff. Boah, ist man schnell. Der holt hier rein. Der holt hier rein. Oh mein Gott. Digga, tschüss. Wie schnell, Alter. Boah, Digga. Der fällt hier nur auf die Luft, halt. Wie gut das hier mit. Aber nicht so schnell. Wie schnell. Wie schön. Ey, warum kann man das nicht schicken, Digga? Das ist russisches Stahl, Digga. Das ist russisches Stahl, Digga. Genau. Wie gut wir alle anbauen. Moin. Steine russisch. Zerstört. Ja, jetzt? Uff zerstört. Ein Müllerzung russisch. Let's go, man. Eher deutscher Kupstadt. Tschüss. Tschüss, was ist das für das Soundrad? Alter, jetzt geht's ab. Tschüss. Tschüss. Neue MF, Jungs, oder? Das sind meine Augen. Drop Waffen, Jungs, da könnt ihr schneller rennen. Beflash? Eheren Hund beflash, ich gönne ihn nicht. Oh mein Gott. Ich denke, du sah das auch für uns zwei Milchpikos, oder? Eher, das ist vom Waffen. Tschüss. Nein! Habt ihr das gerade auch? Ja. Ich hoffe, dass die Map... Die Map ist ja jetzt eigentlich kaputt. Jetzt... Auf die Welt steht in Flammen. Doch manchmal... Kann man Feuer nur... Mit Feuer... Ich leite eine Stampin' an, dude. Das sieht schon wild aus, oder? Das sieht schon böse aus, ja. Das sieht schon böse aus, ja. Das sieht schon böse aus, ja. Das sieht schon aus. Das sieht schon aus. Das sieht schon aus. Boah, die Grafik! Boah! Oh mein Gott, WB2! Oh mein Gott, WBK, Digga! Das bin ich! Also jetzt... Okay, Männer! Herhört! Ich hab euch hierfür ausgebildet! Ey, das ist halt einfach absolut insane. OIT-40, Digga! Das hier ist der verdammte Krieg, Arthur. Es gibt keinen Applaus für Tab-Verteidung, das ist der Verkaltestes später. Nicht, was du in dem Moment fühlst. Ja, Strix, 10 von 10. Was wir auch tun, wir tun es zusammen. Also Fallschirme wird es zu 100% wieder geben. Süß. Jetzt vorbestellen und vorabzugang zur offenen Beta erhalten. Oh, baby. Was ist das für eine Waffe? Blade Raid Massacre.